Servus vom Hoppischmied. Wenn ihr sehen wollt, wie man ein Sushi im Rollbraten-Style macht, nach dem Intro geht es los. Kein Sushi. Ich habe hier nur eine Küchenrolle genommen und eine Grillmatte, damit der Kontrast zum weißen Faden da ist, dass man das besser sieht. Und nach dem nächsten Schnitt sieht ihr, wie ich das gemacht habe. Das erste was ich mache beim Rollbratenbinden ist, dass ich den Bindfaden, wie man hier sieht, in eine Tasse rein tue. Und von innen den Faden nehme. Und so kann der Faden nicht von der Arbeitsfläche runterrollen. Dann stelle ich noch beiseite. Und jetzt ist das Problem, wenn man den Rollbraten normal bindet, fährt man ja unten durch, geht so rundum. Und dann macht man hier eine Schleife. Und jetzt ist das Problem, wenn man zusammenzieht und wieder loslässt, den nächsten Knoten machen will, geht der wieder auf. Und jetzt bräuchte man ja immer eine dritte Hand. Da hilft mir jetzt mal kurz der Lukas. Genau, ne? Und jetzt bräuchte man hier den nächsten Knoten machen. Dankeschön. Und dann würde er halten. Das ist natürlich, naja, man hat ja nicht immer eine dritte Hand dabei. Und nun zeige ich euch, wie das viel, viel leichter geht. Und nun zeige ich euch meine Version, wie ich das mache. Hier habe ich das kurze Ende. Ich gehe da rein. Lege jetzt den Faden hier dran, wie man sieht. Und dann geht man unten durch. Ne? Warte ich anlehnen. Dann gehe ich da unten durch. Dann mache ich dasselbe. Hier ist wieder hinten dran. Und gehe wieder durch. Nun ziehe ich das leicht an. Nehme an die lange Schnur. Und ziehe fest. Und das Ganze hält. Jetzt nehme ich den langen Faden. Mache ich hier eine Schlinge. Sieht man das? Eine ganze. Und da gehe ich jetzt von unten. Hier wieder rein. Und ziehe. Wieder am langen Faden ziehe ich an. Und schon habe ich eine feste Verbindung. Und der Knoten geht auch nicht mehr auf. Jetzt noch abschneiden. Das kann ich jetzt nochmal wiederholen. Also das kurze Ende. Wieder hier auf dieser Seite. Praktisch hier habe ich das kurze Seite. Jetzt unten durch. Jetzt hier. Dran. Unten durch. Dann wieder hin. Wieder unten durch. Dann wieder hin. Wieder unten durch. Und schon hat das Ganze wieder. Sieht man das? Ne? Jetzt. Hier wieder. Diese komplette Schlinge. Jetzt gehe ich da mit dem kurzen Ende wieder unten raus. Ziehe nach. Und. Fertig. Jetzt nochmal. Unten rein. Zack. Dranlegen. Unten durch. Zack. Wieder anlegen. Wieder und durch. Nehmen. Dann. Leicht anziehen. Hin. Zack. Und schon. Hält das Ganze. Die Schlaufe wieder. Komplett einmal. Und durch. Hin. Und schon hält das Ganze. Abschneiden. Und gut. So. Wenn euch das kurze Video gefallen hat. Gebt mir eine Daumen nach oben. Einen netten Kommentar. Wenn ihr mich noch nicht abonniert habt. Könnt ihr mich abonnieren. Und jetzt. Kann ich nur noch sagen. Servus. Vom Hoppisch mit.